Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist es wichtig, in angemessener Weise Abschied zu nehmen. Die letzten Augenblicke mit dem Geliebten hat man bei der Beisetzung. Der Bestattungsdienst Hönsch möchte dabei helfen, die richtige Bestattung für den Verstorbenen zu finden. Zu der herkömmlichen Sargbestattung werden auch Alternativen angeboten. Wir bieten eigentlich alle Formen, üblichen Formen, die in Sachsen erlaubt sind. Also das geht von der Erde über die Feuerbestattung, Seebestattung, Bestattung im Friedwald. Diese alternativen Bestattungsmöglichkeiten lassen den Verstorbenen in seinem Element ruhen. So können Naturliebhaber unter einem Baum beigesetzt werden, Wasserliebende können auf ewig in den Wellen ruhen. Als ganz persönliches Symbol kann man den Verstorbenen als Diamant immer bei sich tragen. Wir bieten die Bestattung im Diamant an. Also da wird aus der Asche eines Verstorbenen ein Diamant gepresst in einen langwierigen physikalischen Prozess. hoher Druck, hohe Temperaturen und das dauert mehrere Wochen. Und dann kann man aus diesen Diamanten individuell aufheben oder man kann daraus ein Schmuckstück fertigen. Individuelle Schmuckstücke können angefertigt werden mit dem Fingerabdrücken von Verstorbenen, die wir nehmen, wo dann das Gold- oder Silberschmuck dann gefertigt wird von Goldschmieden. Also es ist eine ganz breite Palette an individuellen Dingen, die wir unseren Angehörigen mit nach Hause geben können. Doch nicht nur auf die letzte Ruhestätte, auch auf die Erinnerung an das Leben wird Wert gelegt. Wir können also Lebensfilme machen und machen die auch selbst, wo man also nochmal Bilder aus dem Leben eines Verstorbenen zeigt. Viele wollen oft noch einen gemeinsamen letzten Moment mit dem verstorbenen Menschen haben. Wir haben hier Abschiedsräume in unserem Haus, wo also Menschen am offenen Sarg von ihrem Angehörigen Abschied nehmen. Die Beisetzung dreht sich um den Verstorbenen. Daher soll die Dekoration der Kapelle auch dessen Charakter widerspiegeln. Mein Credo ist eigentlich, dass man sagt, man muss, wenn man in so eine Kapelle kommt, die Dekoration sieht auch einen Bezug zu dem Menschen finden, den wir bestatten. Auf besonderen Wunsch, etwa für Bestattungen auf großen Friedhöfen mit langen Wegen, bietet der Bestattungsdienst Höhenstrauerkutschen für die letzte Reise des geliebten Verstorbenen an. Ein Abschied ist nie leicht, doch mit einer angemessenen Beisetzung kann es einfacher werden. Vor allem, da man so das Leben des Verstorbenen noch einmal richtig würdigen kann. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!